So, guten Morgen und Willkommen zurück zu Die Reise ins All. Wir machen spontan gleich weiter im Sumpf. Habe ich mich da schon geheilt? Ich hatte mich schon geheilt, ich bin ja so klug. Ich bin voll in der Rie... in der Rie... Gänse und so, ne? Ach ja, leck mich. Ich liebe den Sumpf. Ähm, wo muss ich denn hin? Runter oder rechts? Der Deutscher geht rechts! Das ist doch klar! Äh, ich gehe erstmal runter, dann geht der Weg einfacher. Und... Ich mache euch erstmal platt hier, ne? Weil... Äh, ich kann und so. Und ich bin der Fahrungspunkt, und ihr kommt eh nicht wieder. Ich möchte so mit anderen spielen. Ja, er hat... Er hat verfehlt. Bisschen wir gleich, ist ein Kerl. Ja, Alter. Er hat zwar einen Frauennamen, aber das ist heutzutage eh nicht mehr so wichtig. Ich habe das Gefühl, die sind leicht angepisst. Also, ich sag mir jetzt mal ein Gefühl, ne? Ich kämpfe mit einem Huhn. Oder... Huhnähnlich, was auch immer. Und ich habe gesiegt. Boah. Ich bin ja so gut. Und hier gibt's was? Nichts? 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 Nichts. Nein, das... Der Text passt so ganz und gar nicht da. Wie, hier gibt's nichts? Muss irgendwas geben? Geheimgang! Ein super-Sonder-Secret-Secret-Geheimnis. Toll. Wie, hier gibt's nichts? Nichts? Wie in... Nichts? Äh... Wie? Das geht doch nicht. Kann doch nicht einfach leer davon... Ach, wusste ich's doch. Ein Wuselkraut. Ja, ich wusste es. Hier gibt's eine ganz tolle Velonu. Und... Äh, kann ich hier noch was mitnehmen? Schauen wir uns mal um. Sieht grad nicht so aus. Nein. Schade. Ich gebe noch mal fünf Erfahrungspunkte. Das kostet ja keine Energie, oder? Keine Ahnung. Ich könnte es mal nachschauen. Neu, sieht nicht so aus. Ach ja, ich hab die auch lebt. Äh, ist hier noch irgendwas zum mitnehmen? Einen Burger zum mitnehmen? Oh Gott! Achtung! Gehen Sie nicht auf die Blasen, liebe Freunde. Höh. So, bis ich das einzige, was blasen kann... Oh. Der war jetzt echt gut. Der war fast schon ein bisschen witzig. Ich hab nen Wassereimer. Haha, fürchtet mich. Nur ein paar Reste an der großen Echse. So kann ich die nicht mitnehmen. Die sehen so wertvoll aus. Ich geh so. Und dann... Kann ich auch nicht mitnehmen. Ah, ich hoffe, ich seh jetzt nix. Wenn man Fuß kribbelt. Und dann geht's. Ach Gott, gegen was fand ihr jetzt wieder schwach. Ich hab's mir nicht gemerkt. Das wär auch mal was Neues, wenn ich's mir merken würde. Und ich wollte noch was ankündigen. Ja, ich werd' vielleicht so technisch versuchen, ab sofort alle meine Let's Plays auf zwei Stunden zu erhöhen. Das heißt also... Das heißt also... Könnt' es dann so... Ja, so um die... Oh. Fünf Folgen werden? Nein. Moment. Sechs Folgen. Fünf, sechs Folgen. Was weiß ich. Jetzt hab' ich nicht aufgepasst, was effektiv... Was... Ach, was soll's. Ich mach' immer dasselbe. Das passt schon. Ja. Das werden meine Let's Plays in Zukunft ein bisschen mehr kommen. Und ich hab' keine Ahnung, ob ich das alles hochladen soll. Ja, ist ja ganz effizient sogar. Ach, tschüss. Und wie nicht tot. Ach gut, ich mach' jetzt so. Ordentlich Strom drauf, und dann geht das. Wie im echten Leben. Wenn ihr die Fliegen nerven, packt einfach euer Starkstrom... Wie überlebt. Starkstrom aus. Wie darf zuerst angreifen. Was ist das denn für eine Backerei hier? Angriff gelernt, Frostdon gelernt. Frostdon. Ist der nicht aus Lufia? Mhm. Ach so, oder bildet mir das nur ein? Nch, toll. Glückst einen Grashalm. Egal, für ein paar Fausbrüche nehm ich mit. Ist hier noch irgendwas? Nein. Schauen wir mal, der ist ja auch nichts in der See. Was ist denn dahinter noch? Keine Baum? Nein, kann ich nicht abholzen. Können wir die Kettensäge überhaupt dabei? Ich will keine Bäume niederfällen kann. Ich rote einfach den ganzen Urwald. Wie in Colonization. Ich könnte mal speichern bei der Gelegenheit. Ich glaube nämlich, mich zu erinnern, dass hier gleich der, ähm, oder dass in der extra Zeit der leicht extreme Gegner kommt. Um es mal nett auszudrücken. Was war denn? Was seid ihr denn? Meint! Er hält! Von dem herzlichen Zerwahnwesen! Yeah. Cool. Ah, das wird mal... Ach, okay. Macht mir das Schaden? Und dann. Okay, gibt es noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Mal kurz checken. Sieht nicht so aus. Okay. Ich bin hier definitiv bei dem Gegner, der richtig übel ist. Was ist jetzt? Ein Riesenhuhn! Ja, sieht schon aus wie ein Huhn, ne? Erkennt man gleich, erkennt man gleich. Sind wir schon ein schöner Spurenleser, mein Lieber. Solltest kein Hühner, Hühnchen abzudrücken. So, ist halt ein großes Hühnchen. Es ist die frische Fährte, ein Riesen-Echse. Ich vermute, gar nivor. Kali! Moment! Dank nichts! Hat irgendwas mit Fleisch zu tun! Ha! Hab ihr eine Wörterausdrucksweise? Die ist entfriert? Herr Professor! Die Exe ist demnach ungeheuer dick! Hm. Falsch. Sie ist ein Fleischfresser. Dann ist es sicherlich keine gute Idee. Im Jagdgewirr, der Beste ist so zu verkehren. Wieso denn nicht? Eine gute Idee. Gehen wir. Psst! Verzeihung. Herr Binnen! Geh doch! Ach komm! Kleine Hühnchen! Ist das richtig dein Arsch? Oh ey, ich mein, Arschaufrei... Äh, nein, das macht man... Jetzt macht man Platten, aber ja kein Ding. Oh! Huh! Ha! Töck! So groß ist das doch gar nicht! Das muss ich gar nicht brüllen! Die Beste greift ohnehin an! Oh, Moment, das ist noch gar nicht der Endgegner. Fabelhaftig! Bla! Äh, hab ich den schon analysiert? Hab keine Ahnung. Äh... Ja, wir machen einfach mal auf. Und eine Krummallung 2 und wir hatten noch diesen Frost-Dorn. Mein Kraft zu des Eis. Bla bla bla, ja, ja, mach platt hier, ne? Weiß gar nicht, hab ich dich schon analysiert? Ja, richtig, Elementfeuer, Kälte, Tritt und Überraschung. Grund ist, der Zutraff, wenn wir spielen. Ja, toll. Wow! Äh... Ich bereite es halt mal vor. Vorverstanden wird es dann nicht mehr zum Einsatz kommen, aber dann geht es ja nicht. Es ist immer so, wenn man irgendwas vorbereiten muss, dann ist der Kampf irgendwie immer vorbei, dass man es endlich mal hat. Und so lange halt einfach mal Schulterrahmen, das passt dann schon. Vielleicht geht es ja K.O. Ja, komm, komm, komm. Mh, toll. Geht K.O. Toll, damit ist der Kampf jetzt wohl gelaufen. Hm, was soll's. Lass nochmal Heilung, du. Ja. Ist ja gar nichts. 97. Na ja, 150. 122. Das wird ein kurzer Kampf, habe ich das Gefühl. Kinderspiel. Da kommt der üble Kampf erst später. Freut mich. Ja. Ich freue mich auf diesen Kampf, der ist nicht so unglaublich schön. Vor allem so leicht und so. Äh, ja, jetzt kommt, macht es aber platt. Na also, Kinderspiel. Das ist doch nichts. Für mich. Du musst die Natur schon größere Runde heraufbieten, um uns zu stoppen. Aber das macht sie doch bereits. Verstehe nicht ganz, hallo Professor. Ach, sie meinten, der Fußabdruck stammt von so einem kleinen Alussaurer-Freund. Und ich fürchte, wir müssen uns da auf etwas wesentlich größeres einstellen, liebe Freunde. Oh. Ach. Richtig. Dann kommt der üble Gegner erst noch. Ist ganz leicht, Mann. Was mache ich mit links? Moment, ich bin Deutscher. Ich mache mit rechts. So, wo ging's denn da jetzt weiter? Links, oder? Ach ja, die Würmer. Da war aber jemand kreativ, was? Ja, wie kommt denn nachher jemand den Keks für? War ich denn da schon wieder? Ach komm. Ich glaube, Frost war's, oder? Och. Gift. Oh, mein Fuß juckt. Ist nicht schön. Stampfen ist immer so... Was von gar nicht effizient. Das ist nicht schön. Hm. Ach, machen wir so spannend. Ein paar Punkte, nur. Hm. War's denn Flammensturm? Ich sollte mir vielleicht mal merken, so die gängigsten Gegner, die gerade so im Gebiet rumlaufen, dass sie sowas Schwächen haben. Das ist nicht wirklich besser. Was soll ich's? Immer noch besser, als gar nichts zu tun, als mit dem Schirm auf den Gegner einzubrügeln. Schleifschlagen und seine blutige Schleisevernichtung mit uns im Ringschirm. Leider nicht ganz. Ich schreib mich immer mit Kettensägen an. Das ist ja wie in der Realität. Fünf Erfahrungsbunden. Was brauche ich denn noch so? Aha, Monster kriegt bald noch ein Level ab. Heißen dauert noch ein wenig. Hm. Ich glaube, da gehe ich in die richtige Richtung. Mit ein paar Reste einer großen Echse. Die Holzpuppen nehme ich noch mit. Und ich glaube, wenn ich da runtergehe, wird's ungemütlich. Mal gucken, ob ich recht hab. Ja. Das heben wir uns erst mal noch auf. Dann gehen wir erst noch mal nach rechts. Immer gut, nach rechts zu gehen. Oh Gott. Ich seh schon, dass wir ein sehr langes Let's Play. Heute. Ih, keine Gegner. Lotus an Land. Ha, fünf Erfahrungspunkte. Ähm, bam, bam. Da ist noch ein Lotus. So, kann ich da reinspringen und den noch holen? Ach, ist doch eine Angel oder sowas. Da ist ein Zelt. Ach ja, richtig. Da kommt man sich, glaube ich, ausruhen. Ein Zelt! Das ist schon beobachtet, Schatz. Wer hat das in der Sofa in der Umgebung errichtet? Vielleicht ein paar wagemutige Jäger? Bedrausend wird das nicht erfahren. Nein, mit uns. Oh, Bienen. Besetzt! Ja, dann entsetzen wir das doch mal. Entsetzen, kapiert? Oh, der tut weh, ich weiß. Hm, meine Schüttel. Mach mal, guck mal, um zwei Bomben, mal aus, was wir da haben. Hm, ne, Moment. Die waren jetzt, waren die jetzt? Ach, passt schon. Ach, einfach irgendwas. Nicht so wichtig. Details, Details. Kleinigkeiten, sowas für Kleingeister. Ein Genie wie ich kann sich mit sowas nicht die Zeit verschwenden. Äh, kann seine Zeit nicht mit sowas verschwenden. Ihr wisst Bescheid, ne? Vielleicht reicht's dir noch. Also Monster müsst ihr doch ein Level abbekommen. Heißen wird's wohl nicht mehr reichen. Schade. Ja, komm. Geht ihr jetzt starten? Danke. Ah, es lebt immer noch. Nu, aber. Haha. Geht die Party ab. So. Level 22. Geht, ist doch nichts. Auf die schon fliegen saßen. Paar Kagemuschelreste. Ja klar, deswegen bin ich hereingegangen, nu. Jetzt wird's gleich richtig unlustig. Richtig unlustig. Also verdammt richtig extrem unlustig. Sollte das so ein Moment sein, wo mich das Spiel mal wieder voll in den Arsch, äh, kneift. Und zwar so richtig. Leute, die das Spiel kennen, werden die diese Stelle wohl auch kennen. Äh, ja. Ist da noch irgendwas, das ich übersehen haben könnte, eventuell? Nochmal fünf Erfahrungspunkte. Reicht leider nicht für heißen. Was soll's? Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Töten dieses kleine Insekt. Ich glaube, das ist der Urheber der Fußspur. Oh, ich wusste, wir finden ihn. Frau Flitz! Sieh mal den Kopf, dieses Fies! Da ganz oben, Schatz. Ah, danke! Na, du? Hat er den. Oh, Gott. Ja, das war ein Dienst. Hey, Lunatsch! Schau auf meine Größe stotzen! Schau auf die Beine ein! Guter Plan. Die Monkstürze ist jetzt mit ihm aus. Ja, ganz klar, ne? Die Tatsache, dass es uns das hier einfach mal unterquetschen kann, ignorieren wir jetzt einfach mal, ne? Ähm... Gruppenheilung 2 ist schon mal gut. Ähm... Ähm... Hä, ich glaube, das klingt schlafresistent oder wie war das? Na, ganz, ganz toll! Ja, leck mich! Gegen was ist es denn schwach? Also... Element Kälte, Dritte, Klingenwaffen. Überraschungen, Schusswaffen. Mhm. Ich kann nur eins einschätzen, gut. Das ist voll. Überraschungen, Schutzwaffen... Schutzwaffen. Mhm. Hm, ja, doch. Ja, ergibt Sinn. Ergibt absolut Sinn. Ich weiß gar nicht, war es nicht immun gegen Schlaf oder so? Erstmal hochheilen, ne? Ist geschockt. Na, das ist doch schon mal was. So, ähm... Bauen wir mal Gruppenheilung raus. Das ist alle gegen einen Blinden. Versuch mal, wo wir das hier, ne? Oh ja, leck mich. Geht kaum... Boah! Hab ich ein Glück? Ah, ist auch noch geblendet. Muss tun wir mal, ob wir nochmal so viel Glück haben? Ähm... Ähm... Wir schlagen einfach mal... Ne, besser nicht, besser nicht. Für den Fall ist es nochmal aufwacht. Ähm... Ne, ich mach besser nochmal ne Gruppenheilung. Umheilung. Und Stille. Ich will schon! Ein Zucken! Ein Zucken in... Jucken in jenen... Naja, naja, genau. Ich mach besser weiter, bevor ich noch mehr erzähle. Immer weiterspielen. Verstummt! Na, das ist doch schon mal was. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt erst mal noch... Ähm... Ich weiß nicht, was ist da effizient? Ich hab Frostdorn. Krieg mal mit Frostdorn an. Ah, ich sollte das zweite Bein einbegreifen. 67? Naja. Ist nicht so, dass... Das ist mega mäßig viele, aber besser als nichts. Würde ich sagen... Werf das weiter ins Gefecht? 18? Wow! Geht K.O. Damit hat sich die Sache erledigt. Ah, babumm. Verlieg ich mir das besser, wenn ich aufsuche einen Notfall? Ach, ich weiß drauf. Ach komm, was muss ich weiter mit Eis? Das ist so ein Witz, ne? Nein! Ich muss doch das untere erst mal platt machen. Aha. Ja, auf zu großem Fuß, ne? Der kann halt seine Sprachspiele, Schatz. Konzentriere, ich lebe auf den Kampf. Ach, der ist eh so gut begonnen. Das ist an keiner der Füße, dass K.O. überwindet. Kann auch nur mit einem Bein stehen. Und nach mir treten. Wenn's nicht K.O. wär. Ja, immer das funktioniert. Ich weiß es nicht so genau. Du wirst mir das aber nicht erzählen. Ich schaff's ihm beim ersten Versuch. Ich hab da damals, bin ich da vier oder fünf Mal verreckt. Wollte ich das Vieh endlich mal geschafft hab. Gut, ich hatte auch zwei oder drei Quest nicht erledigt, ne? Merkt man gleich, ne? Ich hab so einen halben Level mehr jetzt, ne? Oho, mit einem Schirm bezwinge ich die Bestie. Ja, genau. Schon klar. Das will ich sehen, wie du die mit einem Schirm bezwingst. Sollte man mal einbauen, ne? Alternativmöglichkeit heißt, mit einem Schirm antreten lassen. Na also. Ich hab beim ersten Mal gewonnen. Ich cheate doch. Ich cheate eindeutig. Verdammt. Hast du mal das gesehen, dass ich cheate? Ach so, Mist. Hm, nö. Das ist bloß so eine komische Bodentextur. Die Punkte hier, also hier, ne? Auf dem Feld, wo ich gerade stehe, und jetzt muss man es nicht sehen. Hier hat mich irgendwie ein Colonization. Die Mineralienzahn da auch so ähnlich aus. Egal, ich geh jetzt nochmal pennen. Sicher ist sicher. Huh, dann geh ich sichern. Um ganz sicher zu sein. Ich glaube, ich hab genug Wortspiele mit sichern gemacht. Aber mir fällt sicherlich noch eins ein. Das tut gerade weh. Sehr weh. Aber da muss ich durch, ne? Ja, ja. Ich leide vor euch. Kann ich mal den Ton abschalten von meiner Stimme? Gegensatz zu ihr. Euch. Ihr. F***. Ich nix deutsch. Ich mach Let's Play. So, sondern da noch. Ein Rest deiner großen Echse. Wie überraschend. Hab ich noch nie gehabt. Ich könnte nochmal speichern bei der Gelegenheit. Für den Fall ist das Spiel abstürzt. So, wo bin ich denn? Ich bin da unten. Schnell durch Querung. Okay. Ey, kann ich. Ey. Ich hab doch eben getötet. Wie ist ein Tag? Das glühende Planetenjahre. Also wer ist heiß? Super. Herrlich. Nichts. Ja. Kann man das nicht mitnehmen? Schlangen. Sieht eher aus wie so ein komischer Tempel. Ich muss einfach. Geht gar nicht anders. Hm. Habo! Alter, unwirklich kommende Gäste! Ich finde ja auch gemeint, ich streite zu laut mit. Äh, äh. Magwitz. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Bin doch die hohen Person. Ach, geil. Eindringlinge! Aber nein, aber nein! Das sind Bogen, die eine wichtige Nachricht überbringen. Eindringlinge! Ach, das ist das, was wir mit geschuppten Automaten sprechen. Ha! Toll. Als ob die eine Herausforderung wären. Die schulden mich jetzt! Nein, natürlich nicht. Du bist das praktisch. Moment. Ach, ich mach einfach mal Froschsturm. Wahrscheinlich muss ich jetzt mit Hitze kommen, ne? Ja, aber das ist die ganze Zeit Kälte und jetzt kommt Hitze, ne? Weil ich blitzschnell aus. Puh! Nein, das ist schwach gegenüber Kälte. Ich bin mal so was wir mit Hilfste��. Ich bin mal so ja, ich bin mal so. Untertitelung des ZDF, 2020